Alles andere läuft komplett fließend. Das ist top. So, das Feld ist durch. Als was, wenn ich eh schon mal hier bin, dann versuche ich mich ein bisschen der Reihe nachzuarbeiten. Dann gehe ich direkt mal zur 29 und versuche das da mal hübsch zu machen und zusammen zu flügen. Ach, da ist er ja, da unten. Nee, nee. Jetzt überlege ich gerade, ich werde das, glaube ich, jetzt schon mal im Landschaftsbau lieber machen und es da ein Stück abknipseln. Abknipseln? Von dem Feld 29. Wir müssen nur mal gucken, von wo aus wir dann da hinfahren. Wir haben eigentlich keinen Weg. Wir müssten vom Hof runter und uns hier noch eine Straße hinbauen, sodass wir an die Stelle rankommen. Kommt man nicht von der Straße irgendwie? Ja, da wo ich jetzt gerade stehe. Also wir müssen aus unserer Hofeinfahrt raus und dann hier rüber, was natürlich sehr unpraktisch ist. Oder ich ändere das um, dass wir hier zwischen der Kuhwiese und dem Kuhstall den Weg einfach bauen. Dass wir hier einen rechts, einen links davon hinsetzen. Ich glaube, so machen wir das auch. So und nicht anders. Dann gleiche ich das hier mal eben an. Das sind natürlich jetzt Büsche, ist auch blöd. Wir müssen ein bisschen durch die Büsche durchfahren. Oh, hier kommt mir noch gut drauf. Auf die 29. Von der Straße aus. Ja, ich mach das jetzt hier. Wenn du weiter gehst zwischen Kuhwiese und Kuhweide. Da ist jetzt so ein Stück. Das wirst du auch gleich erkennen. Oh. So. Straße. Ist das hier? Was ist das für ein Belag, der hier vorne liegt? Ist das Kies oder Straße? Oder eben was? Der hier. Ne, hier ist der Weg bei Kuhwiese und Kuhweide. Das ist Kies, ne? Oder ist das Asphalt? Das hier ist Kies. Wo bist denn du jetzt? Das ist Kies. Der Feine. Ach, da bist du. Gut. Kies. Der hier. Dann führen wir das nämlich auch so weiter. So. Müssen wir gleich noch ein bisschen ausbessern. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir die Büsche irgendwie, keine Ahnung. Die nerven jetzt natürlich ein bisschen. Die kriegen wir auch, glaube ich, nicht mehr weg. Kann man, die kann man doch verkaufen, oder? Wenn die das Gesetzte sind. Die sind gesetzt, ja. Ja, wenn die aus dem Pack sind, kann man sie verkaufen. Das klingt gut. Du musst dann bloß in die Garage, musst dann hinter scrollen, bis die ersten Büsche kommen. Wenn du dann Doppelklick auf einen machst, kommst du auf die Map. Okay. Ganz normal, als wenn du so im Spiel bist. Du musst dann mit der Maus auf denjenigen klicken, den du weg haben willst. Garage. Gucken wir doch mal durch hier eben. Machen wir doch mal ein bisschen Bauen hier zwischen den Folgen. Oder in den Folgen. Tatsache, Büsche. Wenn du dann auf einen Doppelklick machst, kommst du in die Map wieder raus. Also ganz normal raus. Jetzt kannst du dir den Büsch suchen, wo du bist. War das so einer? Auf das, was du klickst. Das ist einer, der kann weg. Tatsache. Perfekt. Klappt's? Ja. Und jetzt muss ich noch die kleinen Büsche weg machen. Das sind dann... Ja. Irgendwann kommen die auch mal. Die sind das auch nicht. Das. So welche. Mach. 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 Mach mal den nur bis 8. Das reicht ja auch, glaube ich. Oder habe ich die doch nicht gesetzt? Bei denen müsste ich gesetzt. Ja. Oder auch nicht. Du musst halt in der Garage die Sorte von dem, was das ist. Den kriege ich weg. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese beiden hier nicht von mir stammen. Wenn's original sind, kannst du wegflügen. Guck mal, haben wir noch einen anderen... Nee, ich glaube andere Büsche haben wir auch. Ein kleiner Strauch ist das, glaube ich, nicht. Gibt einen kleinen... Weil das ist tatsächlich... Nee, die sind von der Karte hier, die beiden. Ja, da kannst du wegflügen normalerweise. Das versuche ich mal eben. Wenn wir sie wegbekommen, dann bekommen wir sie weg. Dann ist ja gut. Aber mich müsste man editieren. So, hauptsache ich fahre erstmal alle Kartoffeln hier kaputt. So, dann müssen wir halt nur gleich wieder... Muss mal gucken. Felder erstellen, zulassen. Wo ist das? Ähm... Set. So, dann klatschen wir den mal in den Boden. Kriegen wir ja alles wieder weg, Gott sei Dank. Nee, den kriegst du nicht weg. Der ist fest verbaut, noch? Ja, je nachdem wie der Motor das sich vorgestellt hat. Manche lassen es zu und manche sagen... Nee. Gehören zur Map bleiben. Ja, der gehört zur Map und bleibt auch. Schade. So, Felder erstellen wieder aus. Flug heben. Einklappen. Dann baue ich jetzt ein bisschen drum rum. Kriege ich auch hin. So, das kann wieder aus. Zack, zack. Landschaftsbau. Ähm... Gieß... Da. Ach, ich hab das Lenkrad wieder eingeschlagen, ne? Ja. Nee. Immer noch nicht. So. So. Ich fülle grad den zweiten Anhänger auf. Das hat sich grad, äh... Ja. Wie bitte? Ich hab was anderes verstanden. Ich fülle grad den zweiten Anhänger auf. Ja. Ja. So. Jetzt nehmen wir mal die Wiese. Machen das hier mal ein bisschen schön. Und machen hier ein bisschen Wiese wieder hin. Gehen da zwei wieder auf, füllen wir schon auf die Toilette. So, jetzt muss ich mal gucken, wie groß so ein Stall ist. Und... Gucken wir mal... Schweinestall. Der... Große Schweinestall. Gehen 300 Schweine rein. Und bei dem hier... 150. Ja. 300 Schweine wären eigentlich ausreichend. Mal zweimal den hier nehmen. Die... LS braucht zu viel Performance bei OBS. Das ist ja Wahnsinn. Mehr wie ETS. Ja, auf jeden Fall. Dann merkst du die Pixel gleich noch besser. Uff, ist der groß Alter Schwede, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Was passiert mit Achso, kauft Kalk Ich wollte gerade sagen, was passiert denn da oben mit unserem Geld Wie viel Geld hast du noch? Noch eine halbe Mille Ich platziere dir jetzt schon die Stelle Sonst wird das mit dem Hofbau Zu kompliziert hier, glaube ich Wo habe ich denn überall einen Träger? Keine Ahnung, ob da was Ne, sieht nicht so aus Ich glaube Es ist so verdammt schwer zu lesen, wo was ist Da kommt Gülle raus Da kommt anscheinend Wasser rein Leider ist der Mist Da kommt man wieder rausgefahren Macht es eigentlich Sinn, den so hinzustellen Weil hier ist nichts weiter So Ich bin mit dem zweiten Anhänger auf dem Weg zum Hof Jo Ähm, magst du auch gleich mal gucken, was der Helfer gerade so treibt? Kann ich gleich machen Jetzt habe ich wieder übersehen Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Finger, was der macht Oh 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 Oh, oh Oh Aber Aber das Gute ist ja Dadurch, dass Anton die Mod haben wollte Komm mal her, Traktor Kann ich dich auch angrapschen hier irgendwo? Der ist ein bisschen geflogen gerade Aber ich trage den mal eben beiseite So Komm mal raus aus dem Haus Ja, ich habe das Gebäude auf den Trecker gesetzt Auf den Trecker gesetzt? Ja, ist aber nur halb so wild Ich habe den da eben wieder rausgezerrt Nicht schlecht So, jetzt stellen wir den mal hier ab Dann geht es wieder auf in den Shop Und dann baue ich das mal eben zu Ende So Haben wir hier einen Höhenunterschied drin? Äh, anscheinend ja Das macht aber gar nichts Haben wir so lassen So Dann machen wir hier den Rest mit Kiesweg Obwohl, was ist das? Asphalt Sand? Nee Das sieht bescheuert aus Das sieht so aus, wie es aussieht Finde ich jetzt auch nicht geil Nehme mal Kies So Keine Ahnung, wo hier Wildträger sind Aber Da sollte man auf jeden Fall rausfahren können Alle So Sagt er einfach so Wenn ich den jetzt gleich da rein kippe Schaue ich nach dem Helfer Das ist gut Das ist gut So Das ist gut Wie ist es gut Das ist gut